Es gibt frische Infos zum neuen Pokémon, nur weil Battle Royale draufsteht, ist nicht immer ein geiles Spiel drin und Mafia 3 hatte einen so schockierenden Anfang, dass die Entwickler alle Spuren davon gelöscht haben. Das sind die 4Players News. Herzlich willkommen bei den 4Players News. Es ist Freitag und wir geben euch die letzte Newsrutsche, bevor es ins wohlverdiente Wochenende geht. Thema 1. Nintendo hat neue Infos zum kommenden Pokémon veröffentlicht, das ja bekanntermaßen Let's Go Pikachu bzw. Let's Go Evoli heißen wird. Unter anderem wurde bekannt gegeben, welche editionsspezifischen Pokémon es geben wird, denn schon seit den ersten Editionen, das ist ja bekannt, gibt es Pokémon, die nur in einer Version erhältlich sind. Und dieses Mal sind das für Let's Go Pikachu, Myrapla, Zandan und Foucano und für Evoli sind es Knofenza, Vulpix und Mounzi. Was natürlich anders ist als bei Rot oder Blau und da geht man eher in die Richtung von Pokémon Gelb ist, dass der Spieler sich nicht eines von drei Pokémon aussucht, sondern stattdessen ein Partner-Pokémon überreicht bekommt. Dieses Partner-Pokémon wohnt nicht in seinem Pokémon, sondern folgt dem Spieler ähnlich wie in der Serie auf Schritt und Tritt durch die Gegend. Verhält sich außerdem auch sonst nicht wie ein normales Pokémon, denn es will sich nicht weiterentwickeln. Was natürlich gerade im Fall von Evoli ein bisschen schade ist, weil Evoli natürlich dutzendfache Entwicklungsmöglichkeiten hat. Und so bleibt es immer das knuffige, kleine, braune Ding. Das ist natürlich ganz schön süß, aber man muss trotzdem mal sehen, ob man auch andere Evoli fangen kann, weil sonst fehlt einem da schon eine ganze Latte an Pokémon. Außerdem wurde jetzt auch die Karte der neuen Kanto-Region veröffentlicht. Die Kanto-Region ist ja nun wirklich schon hinlänglich bekannt. Rot, Blau und Gelb haben da gespielt und außerdem die erste Staffel der Serie. Und jetzt kommt man dahin zurück. Das Ganze wurde natürlich so ein bisschen optisch angepasst, weil man nutzt jetzt natürlich die neue 3D-Engine und das sieht ja auch alles ganz schick aus. Aber eigentlich kann man sagen, nichts Neues im Nintendo-Land, da ja natürlich auch Rocco und Misty wieder mit am Start sein werden. Das sind ja die ersten beiden Arena-Leiter, auf die man trifft. Dementsprechend bleibt da alles so, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Man hat ja diese Pokémon-Go-Anbindung und man hat ja noch diverse andere Dinge, die neu sind, wie zum Beispiel das lokale Koop und auch die Tatsache, dass man dann jetzt lokal mit zwei Switches gegeneinander antreten kann. Auch tauschen wird erlaubt sein. Wir sind gespannt, wie das dann wird, wenn es im Herbst erscheint. Hast du dich jetzt beruhigt? Ich habe meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Dass wirklich nicht alles Gold ist, wo Battle Royale draufsteht, haben die Macher von The Culling 2 jetzt beeindruckenderweise schon zum zweiten Mal bewiesen. Nachdem ihr erstes Spiel nach so etwas über einem Jahr aus der Entwicklung gegangen ist mit dem Hinweis, man wolle jetzt ein neues Projekt machen, nachdem es über ein Jahr im Early Access war, hat man jetzt The Culling 2 veröffentlicht und zwar am 10. Juli 2018. Da treten 50 Spieler in einer Arena an. Warum ist das wichtig? Weil schon kurz nach der Veröffentlichung, also kurz nachdem man das Spiel kaufen konnte, nur 250 Spieler online waren. Gut, da hätte man jetzt noch fünf Spiele mitmachen können. Tatsächlich waren am Ende des Tages aber weniger als 50 Spieler weltweit online, was heißt, dass nicht mal eine Runde The Culling 2 zustande kommen kann. Das führt natürlich zu extrem miesen Bewertungen auf Steam, was dazu führt, dass eigentlich noch weniger Leute das Spiel spielen. Was heißt, dass das Spiel nach einem Tag brutal gefloppt ist? Tja, kann halt nicht alles Fortnite oder PUBG sein. Vielleicht fällt das ja auch anderen Entwicklern auf. Wir sind gespannt. Ein Schocker zum Schluss. Die Entwickler von Mafia 3 haben nämlich erstmals darüber gesprochen, dass ihr Spiel einen völlig anderen Anfang hatte. Nämlich ein Anfang, in dem erklärt wird, warum Lincoln eigentlich nach Vietnam in den Krieg flüchten musste. Das passte dann aber irgendwie nicht mehr so ganz zum Spiel später und wurde zunächst erstmal rausgeschnitten, dann aber komplett von den Servern gelöscht und wirklich jeder Verweis und jede Datei, die noch dazu im Spiel war, wurde entfernt, damit nur niemand darauf stößt. Die Frage ist, was ist denn da jetzt so dramatisch dran, dass man da so eine Komplettauslöschung der Dateien vornehmen muss? Naja, es war wohl so, dass die Eröffnungssequenz zeigt, wie Lincoln einen Polizisten umbringt aus einer bestimmten Situation heraus und deswegen das Land verlassen muss. Und das hätte so jedenfalls die Entwickler sehr schockierend gewirkt, wenn man das ohne den entsprechenden späteren Kontext des Spiels gesehen hätte. Also wenn man nur diese Situation gesehen hätte, wo Lincoln den Polizisten erschießt. Deswegen hat man sich dazu entschieden, wirklich jede kleine Datei zu löschen, damit nur niemand darauf stößt und so ähnlich wie Hot Coffee das freischaltet. Das hat geklappt, jetzt haben sie selber darüber gesprochen. Zeigen können sie es natürlich nicht. Es gibt es ja nicht mehr. Das waren die 4Players News an diesem Freitag, den 13. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und wenn es das hat, dann klickt doch auf den Daumen nach oben und auf Abo. Außerdem würde mich sehr interessieren, was ihr von den Themen dieser Sendung haltet. Zum Beispiel, ob ihr es sinnvoll findet, dass das aus Mafia 3 so herausgeschnitten wurde oder ob ihr glaubt, dass das neue Pokémon ein gutes Spiel wird. Wir sehen uns nicht bei The Culling 2. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag. Bis dahin bin ich raus und tschüss. Bis dahin bin ich raus.